Was denkst du, was soll er sagen? Ist es bezahlt? Ist es nicht bezahlt. Was denkst du? Auf jeden Fall, es ist bezahlt. Ich komm noch nicht her, wenn es nicht bezahlt wird. Ja, das stimmt auch wieder. Boah, da ist er. Der ist ja groß. Aber der ist nur von OK, hat es nicht für mehr gereicht. OK ist doch ganz OK. Der hat 4K, der Digga. Du weißt, er hatte vorher so einen. Doch, so gut bestätigt. Von so auf so ist ja wohl eine Steigung, oder? Ist doch OK. Spritz mir einmal in die Hände. Ja, spritz mir einmal in die Hände. Jawohl. Einmal mit Karte, ne? Nee. Ah. Wie sieht man gleich her, dein 50er? Matze, hier. André hat 50er. Er schneidet gleich so. Matze. Anteil dich. Ich darf eine Folge schauen. Ja, jetzt auch. So, ich setz mich jetzt hin. Wir fahren doch mal bei McDonalds was Essen holen. Lieber Kurt, danke, dass wir fertig sind. Ah. So, lass uns hochbringen. Wie du das hochhubt, ne? Hornhub, ne? X-Hamster. X-Hamster guck ich auch mal gerne. X-Hamster. X-X. Genau. Kennst du auch, ne? Matze ist Lieblingskanäle. Matze ist Lieblingskanüle, aber ne? Da freut er sich richtig. Da freut er sich richtig so. Hans Hoffmann. Und ich lieg im Bett noch, weil ich bin müde. Ich hab nicht so geschlafen. Ich hab die Nacht geträumt. Ich werd entführt von einer dick lustigen Frau, die mich vergewaltigen möchte. Schau, ich messe mal Blutdruck. Ja, du wirst definitiv überleben. Heute ist 29. Januar, Matze hat heute Geburtstag. Und weil Matze Geburtstag hat, machen wir's halt schön. Und da zieh ich mir ne Jeans an. Du kennst mich gar nicht, ne? Matze wird sich sehr, sehr freuen. Ich muss noch ein Hütchen aufsetzen hier, guck. Ne, wir müssen auf jeden Fall ein Notstagsgeschenkpapier noch kaufen. Würdest du heute auch Türsteher machen? Heute ist keine Disco auf. Kommst du nicht rein. Mit den Schuhen nicht. Die sind zu geil. Die sind zu weiß. So Leute, abstimmen. Eins bis zehn. Wie sieht jetzt Steve aus? Bleibt ruhig! Da möchtest du nicht gleich die Fehler machen wie letztes Mal. Und zu spät sind bei der Post. Komm mir zu hier was. Verdammte Scheiße, ihr müsst öfter aufmachen hier. Früher und besser. Und länger. Hä? Was ist du? Was ist du? Schon wieder? Schon wieder, genau. Ich hab mich grad beschwert. Hier möchtest du auch nicht beschweren? Noch mal Telefon hier. Der Postmeister. Der soll sich verpissen. Also mein Kumpel hier hat auch Probleme mit seiner Überweisung. Das sollten wir alles klären. Du, wir sind aber öfter, oder? Das geht nicht nach. Das ist so die Tarnung, der Bahn. Der hat nichts mehr beinahe. Da stehen die alle schon jetzt. Sind die alle auf die Idee gekommen? Hallo. Wir sind ein Haushalt. Trotzdem, Jura Mann. Woher wissen Sie, dass ich jung bin? Aus Verkauf. Ich hab keine Hälfte mehr. Und die da? Nee, das ist so klein. Du fährst da nicht rein. Was kostet das? Hans, zehn Prozent? 1,40 Euro. Ja, bitteschön. Wir gehen rauszuschreiben und kommen wieder. Ja. Jetzt haben wir es geschrieben. Das ist so normal. Okay, 3,10 Euro. 3,10 Euro. Achso, können Sie mir den kleinen Beleg auch für die Briefe? Nein, ne? Nee, bis spät. Dankeschön. Ja, danke. Aber ich hab Ihnen zehn Euro gegeben. Fünf? Zehn. Zehn hat er ja gegeben. Nee, das kann ich nicht machen. Dann müssen Sie morgen wieder kommen. Also, ich zähne und Sie zähnen auch. Ich mag immer meine Arbeit weg. Das war fünf Euro. Nein, wirklich. Zehn hat er gegeben. Zehn. Wir hatten vorhin auch was bezahlt. Das weiß ich nicht, was ich habe. Das kostet Sie, fünf Euro. Ja, aber Sie haben noch zehn gekriegt von Ihnen. Nee. Haben Sie die Kamera an? Machen Sie die Kamera. Gucken Sie. Ja, aber das ist wirklich so. Dann müssen Sie morgen wieder kommen, bis heute Abend ich Abschluss mache. Wenn zu viel kriegen Sie wieder. Sie haben mein Wort. Aber ich hab die Generations bekommen. Nächstes Mal. Wir kommen noch mal wieder. Na gut. Alles klar. Beim nächsten Mal. Ich zähle und Sie müssen auch zählen. Dankeschön. Dann holen wir beim Budni. Vielleicht werden Sie da die Schildenpapier haben. Aber bei der brauchen wir jetzt nichts mehr. Oh. Sorry. Das Fahrradweg hier. Könnt ihr dann langfahren einfach. Die war sowieso unfreundlich. Hast du genau gemerkt. Die. Einzigste Freundliche, was sie gesagt hat, dass ich junger Mann bin. Kann alles. Hast du ja gesehen. Die wurde lange nicht gefickt wahrscheinlich. Das Leben besteht nicht nur aus Arbeit. Das war's gut. Das Leben wäre gedacht. Wahnsinn. Lieber Matze. Alles gut zum Geburtstag. Das sagst du aber nicht vergessen. Sicher? Sicher. Ich bin sicher. Ja. Sieht gut aus. Guck mal, das hast du ja akkurat eingepackt. Krass. Ich hab unten im Auto noch eine Frühschalter vor. Dann können wir hier jetzt nochmal machen. Ich dachte, du hilfst mir ein bisschen. Klar, mach ich mal. Oder? Zieh nicht aus. Genau. Zieh nicht aus. So, jetzt trifft sie mich. Pass auf. Ja. 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 Schaut gut aus, ne? Ja. Wir müssen glaube ich noch Löcher machen, ne? Hä? Nein, die Löcher, damit du die tragen kannst. Das ist ein Loch. Ja, das ist ein Loch. Ja, das ist ein Loch. Unten ist ein Loch. Unten ist das Loch. Einmal vorne, einmal hinten. Höhe. Höhe. Die Höhe. Genau hier beim Elefanten. Genau hier beim Elefanten. Ich glaube, dass du keine harten Finger hast. Aber ich habe die Karte vergessen, Digga. Das sagst du aber nicht vergessen, ne? Vergesst mich. Sicher? Sicher. Sicher. Ich bin sicher. Ja. Der Fernseher muss nur in den Paxi auf die Rückbahn. Schub erst und hinterher. Keine Kratzerei machen. Ich hupe gleich. Dann machst du die Uhr aber erst an, wenn ich hupe. Bist du so nett? Ich bin so nett. Naja, der hol ist ab mit dem Fernseher voll. Der macht Plus auf jeden Fall. Und das Ding ist unterschrieben. Das hat Wert. Ich krieg den nicht raus. Kannst du dich da raufsetzen? Korrechter Typ. Warte mal. Rutsch mal ein bisschen vor. Pass auf, dass der kaputt geht. Die Arsch passt rein sogar, ne? Ich hoffe, du hast es kaputt gemacht. Safety first. War okay. War vollkommen spannend. Ich hätte auch den Sitz ausbauen können. Alles gut. Geht auch um Massage. Ein Herr. Kannst du mal gegenpissen lassen? Nein, nein. Mann, sowas. Nein, nein, nein. Das sollst du nicht machen. Nein. Ah, Mann. Das war der Hut, sagen wir. Getoppen habe ich nicht ganz, aber das muss keiner wissen. Hä? Herr Schneider? Hier ist Gerichtsvorzieher Koch. Wir hatten heute einen Termin vereinbart. Könnten Sie bitte die Tür aufmachen? Wenn die Kamera läuft, dann kommen Sie mal gerne hoch gleich. Dann sind Sie gleich auf Video. Ja, aber bitte nicht filmen, ja? Ich untersag Ihnen das jetzt. Wir haben keinen Termin vereinbart. Ja, dann müssen Sie bitte Ihre Post gucken. Ich gucke meine Post. Anscheinend nicht. Können Sie bitte die Tür aufmachen, sonst würde ich die Polizei rufen. Ja, dann rufen Sie mal die Polizei. Hab ich gerne. Okay. Machen Sie bitte auf. Mach nicht auf. Mach nicht auf. Ich will die Polizei bitte. Der lacht doch. Was lacht da? Mach die Tür auf, Geburtstagsüberraschung. Schau auf! Alles Gute zum Geburtstag. Danke, danke. Jetzt machst du deine Jeanshose an. Happy to you. Happy birthday to you. Das steht nicht nur aus der Arbeit, ausgerechnet. Das passt ja, war die Karte. Eva Matze, alles Gute zum Geburtstag. Du alter Sack, für dein neues Lebensjahr nur das Beste. Wünschen dir dein Freund Steve. Bleib gesund und geil. Lass die Flick da immer stehen. Ey, da muss aber hier bei uns, da muss die Viata. Was sagst du, was das ist? Weiß ich's auch nicht. Aufblasbare Gruppe? Genau, wenn du sagst, ja immer geil. Eine Handelbank ist es nicht. Beide, das ist doch viel zu teuer. Ganzprofis sind auf dem Kopf. Transportiert die ganze Zeit. Aber wirklich, ja. Ach so, X-Hamster, genau. Alles Netflix. Das ganze Netflix. YouTube kannst du gucken. X-Hamster ist mein Lieblingskanal. Mich gefallen lassen. Warte, warte, warte. Jetzt muss... Friseure haben zu, wenn man alles vom Krieg sagt. Ja! Das war wirklich geiles Bild, oder? Das Bild ist echt geil, oder? Das ist wie Kino, Alter. Guck mal jetzt hier. Das ist wirklich heftig, was? Für mich ist es wirklich wie Kino, Alter. Wirklich. So, wir wenden jetzt hier mit unseren Besuch bei Matze. Vielleicht werden die Geschäfte nachher aufhangen, gehen wir zusammen. Ja, was ist denn? Happy Birthday to you. Tschüss. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.